ich wurde gefragt was ich für ein streaming setup habe und was ich eigentlich dafür gezahlt habe ich soll doch bitte noch mal ein ausführlicheres video dazu machen mache ich natürlich sehr gerne adrian danke für die frage los geht's nach dem intro erstmal ein gesamtüberblick über den raum extreme in meinem wohnzimmer ich habe keinen gaming room oder sonst was also mir stehen hier ungefähr 20 quadratmeter zur verfügung im wohnzimmer hier mein aquarium dazu kommt bald ein extra video die nano lease im hintergrund die sind ja bekannt und ja ein schreibtisch zwei bildschirme meinen stuhl meinen racing stuhl mein normaler büro stuhl ist zur seite geschoben anderen platz habe ich da leider nicht noch mal das profil von der seite und ich gehe jetzt gleich auf jedes teil einzeln ein los geht mit dem play seat challenge kostenpunkt 192 euro ist ein klappstuhl ja mit klett technik hält er ganz gut fest und ist stabil mittlerweile ist sogar schon ein bisschen abgenutzt sieht man jetzt gleich hier auf der sitzfläche da die stelle schaut schon ein bisschen komisch aus unten eine schiene für die pedale die ansicht von hinten also ist absolut in ordnung erfüllt seinen zweck aber könnte ein bisschen stabiler sein aber es ist meckern auf hohem niveau also ich bin schon zufrieden mit dem stuhl man sieht hier wackelt ein bisschen aber alles im rahmen alles gut und hier noch mal der blick auf die pedale dann das eigentliche highlight meine setups für formel 1 das fanatec csl elite f1 set ja kostenpunkt 699 euro also ist schon teuer aber dafür hochwertig tolles material ich bin froh dass ich mir damals kein logitech gekauft habe muss ich sagen also es macht mir super viel spaß an der seite hier eben die schaltpippen fürs hoch und runter schalten hochwertiges lenkrad absolut zufrieden und da macht es racing wirklich spaß jetzt sieht man wie es kalibriert also gute technik gutes fahrgefühl kann ich nur empfehlen dann zu meinem hauptbildschirm der aoc 31 1 halb zoller curved an der millisekunde 144 hertz qhd die kriterien waren mir wichtig 325 euro preis leistungsmäßig der top artikel meiner meinung nach auf dem markt der bildschirm steht auf dem schreibtisch da muss ich mal ein bisschen nach oben schauen ist nicht optimal aber ich kann damit leben und mit dem bildschirm bin ich auch absolut zufrieden auch eine empfehlung meinerseits und hier pikachu dann kommen wir zu meiner kamera eine logitech 10 und 120 preis 99 euro durch corona oft ausverkauft momentan ich hatte noch ein bisschen glück habe sie bei mediamarkt bekommen ja eine gute hd kamera normalerweise ist die oben am bildschirm befestigt momentan wenn ich formel 1 spiel brauche ich einen anderen winkel daneben auf diese handy halterung eine gute kamera damit kann man nichts falsch machen was man noch zum streamen braucht es natürlich ein mikrofon ich habe mir das tonohr q9 mikrofon geholt für knapp 65 euro inklusive dieser arm halterung die in alle richtungen bewegbar ist qualitativ ok da habe ich ein bisschen gespart im nachhinein bereut vielleicht ein bisschen hätte mir lieber ein besseres holen sollen aber damals muss ich noch nicht ob ich überhaupt das streaming durchziehe deswegen habe ich mich dafür entschieden wichtig für ein gutes bild und für eine gute beleuchtung ist auch ein ringlicht ich habe mich für das logo ringlicht für 17 euro 99 entschieden habe einfach nach guten bewertungen gesucht und habe das gefunden ist in der helligkeit verstellbar man kann es heller und dunkler stellen man kann die lichtfarbe ändern ist okay für den preis könnte von der anderen seite noch eines gebrauchen damit ich von beiden seiten beleuchtet bin aber an sich ist es eine gute sache so das war jetzt teil 1 dieses videos das waren jetzt die teile die ich mir eigentlich wirklich fürs formel 1 streaming gekauft habe oder generell für streamen auf dieser seite ist jetzt noch mal aufgelistet der play sieht mit 192 euro das fanatec lenkrad mit 700 euro der bildschirm mit knapp über 300 euro die logitech kamera mit 100 euro das mikrofon 65 euro und das ringlicht wir jetzt bei knapp 1400 euro natürlich geht auch einiges günstiger aber dazu komme ich noch mal am ende und jetzt kommen noch die teile ja die ich mir on top gekauft habe die auch zu meinem streaming setup gehören aber die jetzt nicht zwingend notwendig sind aber weiter geht es mit teil 2 grundlage für alles ist überhaupt erst mal ein streamingfähiger gaming pc meine hat 920 euro gekostet ich kenne mich nicht wirklich gut mit pc aus deswegen erstmal danke an meine kumpels die mir da geholfen haben ich schreibe euch die einzel komponenten unten in die beschreibung rein und über was ich nicht reden möchte ist mein katastrophales kabelmanagement dann geht es weiter mit meinem zweiten bildschirm eigentlich dasselbe bildschirm wie oben nur in 27 zoll wieder curved ja zum streamen braucht man einfach einen zweiten bildschirm und den chat zu lesen wobei bei formel 1 stelle ich den bildschirm immer aus weil da möchte ich nicht in den chat schauen sonst fahre ich nämlich ziemlich schnell gegen die wand aber ich bin sehr zufrieden mit den beiden bildschirmen hier seht ihr mein headset ein steel series arctic pro wireless headset für stolze 249 euro also ziemlich teuer die ganze geschichte aber ich bin so froh kein kabel mehr zu haben das ist mein erstes wireless headset und ja guter sound gute tonqualität und das geile ist das headset kann niemals leer gehen ihr habt an der seite den akku drin ihr habt in eurem gerät hier einen ersatz akku den könnt ihr sofort tauschen also ihr habt immer power und der kann niemals ausgehen eine maus darf auch nicht fehlen ich habe die stil serie sensi 75 euro schon ein bisschen älter könnte man wieder geputzt werden nichts besonderes aber ne maus braucht man trotzdem zum zocken was man auch braucht ist eine tastatur ich habe die racer ornata chroma für knapp 60 euro da habe ich glaube ich ein schnäppchen im angebot gemacht ja eine schön beleuchtete maus die ihre farben wechselt kann man auch individuell einstellen und das geile ist diese handablage fläche die hält magnetisch kann beliebig abgenommen werden und wieder hinzugefügt werden ist eine mechanische tastatur und mit der bin ich auch sehr sehr zufrieden und dann kommen wir noch zu meiner ausrüstung die ich an mir trage wenn ich fahre zum einen die o'neill element handschuhe für 25 euro um das alcantara material zu schonen am lenkrad da bin ich zufrieden mit also sind gute handschuhe und da ich am anfang so probleme mit der bremse hatte mit der bremskraft habe ich mir schuhe gekauft von puma die puma drift cat 5 ultra im ferrari style passend zur team ferrari mit so einer abgerundeten sohle hinten die ist wichtig damit man da gut bremsen und gas geben kann und ja ist eine spielerei für 100 euro muss nicht sein aber ich war im rausch und habe mir ferrari schuhe geholt last but not least wie bereits gesagt in meiner online season habe ich meinen zweiten bildschirm aus da ich nicht in den chat schauen möchte aber im qualifying möchte ich dann trotzdem noch ein bisschen den chat mitlesen deswegen steht hier immer neben mir mein tablet um zumindest im qualifying ein bisschen mit meinen zuschauern interagieren zu können aber wir dürfen aus der lobby nicht raus tappen da es sonst ja probleme mit den bots und so gibt deswegen habe ich da rechts immer mein tablet stehen links neben mir eine flasche wasser und so schaut mein ganzes setup aus mit dem ich da immer so fahre das war es jetzt auch das waren alle teile zu den knapp 1400 euro von vorhin kommt eben noch der pc an sich mit 920 euro der zweite bildschirm mit 300 euro das headset mit 250 euro die maus gut mit 75 euro die tastatur mit 60 euro und da eben die schuhe und die handschuhe mit 125 euro dann bin ich insgesamt bei knapp 3100 3200 euro natürlich jetzt ohne tisch ohne normalen stuhl et cetera aber wie gesagt ihr könnt natürlich das auch viel günstiger holen sie habt ihr ja wahrscheinlich auch einen streaming fähigen pc ihr braucht kein stuhl extra stuhl ich könnte auch einfach ein günstigeres logitech lenkrad holen was ihr an den tisch schrauben könnt das reicht dann auch da braucht ihr keinen fanatec lenkrad keinen extra sitz dafür die kamera geht günstiger das mikrofon günstiger also man kann da schon sparen man braucht auch kein extra bildschirm ja aber das sind die groben kosten die ich bei mir hatte eben ich habe mir da halt alles zusammen gekauft damit ich gut ausgestattet erst mal bin und ja ich hoffe ich habe nichts vergessen wenn ihr fragen habt immer gerne in die kommentare schreibt mich privat an ich bin da wirklich offen videos zu drehen ich freue mich über anregungen und ich hoffe das video hat euch ein bisschen gefallen das hat euch ein bisschen weitergebracht was mir aufgefallen ist 95 prozent meiner zuschauer haben nicht abonniert also ich freue mich über jedes abo klickt gerne auf abonnieren kostenlos würde ich mich sehr freuen und dann hoffe ich dass ihr beim nächsten video dabei seid das wird dann das nächste rennvideo in österreich da freue ich mich sehr darauf kurze klagige strecke aber das seht ihr dann im nächsten video danke fürs reinschauen bis zum nächsten mal macht's gut